Wir erhalten eine Meldung von unserem T-Cast. Die Maschine, mit der Ihre Frau und Ihre Tochter geflogen sind, hatte in großer Höhe einen Zusammenstoß. AX112, können Sie mich hören? Ich möchte, dass mir jemand sagt, dass es Ihnen leid tut, dass Sie meine Familie getötet haben. Ich habe ihn davon. Ich bin kein schlechter Mensch, okay? Ich will, dass der Schmerz in mir aufhört. Ich will, dass er weggeht.